Schlechte Filme sind Filme für mich, solche Filme, die man absolut nicht folgen kann von der Story. Die was zum Beispiel irgendwelchen Klischees folgen sollte und Klischees mehr oder weniger schon so in den Vordergrund gedrängt wird, dass die komplette Story darunter leidet oder untergeht. Ich glaube, das ist einmal sicher ein Hauptkriterium davon, was einen schlechten Film ausmacht. Egal, ob das jetzt visuell perfekt aufgemacht ist, aber wenn die Story irgendwie fehlt oder der Faden verloren wird, dann ist das ganz blöd eigentlich. Das mag ich auch nicht. Fangen wir mit Battleship vielleicht an. Also das richtige Amerikanische, die Moralaposteln, also beschütze deine Familie oder der Präsident wird es schon richten oder so irgendwas in der Richtung, wo das Klischee so weit im Vordergrund gedrängt wird, dass eigentlich unsere Handlung verloren geht. Das ist eigentlich für mich mies und das zeichnet eigentlich einen schlechten Film aus und das ist einer davon. Im letzten Jahr zum Beispiel ein guter Film Gravity, also wirklich mit zwei Schauspielern. Da wo die Spannung immer gehalten wird, wo es richtige Spannungskurven gibt dabei mit zwei Schauspielern und der letzte halbe Film eigentlich nur mit einer Schauspielerin. Also das war einfach ein sensationell guter Film. Ohne viel Aufwand, sage ich jetzt einmal, von dem Casting her. Wahnsinnsfilm, ja. Cadillac Records zum Beispiel, sensationeller Film, einer von meinen Lieblingsfilmen. Cadillac Records aus den 50er Jahren, Muddy Waters, die ganzen Biografien sind da halt in einem Film zusammengefasst worden und das ist dermaßen sehr gut rübergebracht worden. Auch von den ganzen einzelnen Charakteren von den Musikern aus den 40er, 50er Jahren, also Wahnsinn. Habe ich es schon ein paar Mal gesehen, könnte ich wieder ein paar Mal anschauen, also es ist immer wieder gut. Gute Filmmusik, das macht es für mich auf jeden Fall aus, also die Musik, das Emotionale, wie das Ganze aufgebaut wird, ob das jetzt mit einem Orchester gemacht wird oder ob das jetzt wirklich von den zum Beispiel bei Cadillac Records von den Musikern selber seinerzeit gemacht ist geworden, also immer wieder Wahnsinn. Q-Kid, Q-Kid, ja, wahnsinnige Idee. Super klasse, dass man da auch voten kann. Nicht nur so viele Leute, die sich da anmelden, sondern auch Leute, die einfach nur die normalen Kinobesucher, die sich auf die Seiten reinfinden und da vielleicht den einen oder anderen schlechten Film voriges Jahr mal gesehen haben, dass ich also wirklich sagen kann, ganz ehrlich, okay, der war mies oder der hat mir nicht gefallen oder. Wir reden ja jetzt auch nicht von den guten Filmen, also ich finde die sehr gut und am 20. Mai 2014 darf ich das, die originale Gurke, die was derjenige, diese Filmproduktionsfirma bekommen wird, die was den schlechtesten Film des Jahres auszeichnet. Sehr spannend, sehr spannend. Vielen Dank.